Hallo mein Name ist Theo, meine lieben Freunde. Wir fighten jetzt gegen tausend Zombies. Wir kehren alle. Man sieht, das ist kein Problem für mich. Weil ich auch neuerweiter nachhabe. Aber ja, wir fighten ein bisschen. Denn es dauert. So, los geht's. Kommt alle her, Junge. Meine Hörer bei Shred geht durch. Oder? Vergiss nicht bei den tauben Abos. Gib das ein Gewinnspiel. So, die nächsten Zombies dürfen wir ran. Ach ne, ja. Der ist auch kleiner. So, wir sind schon Level 2. Oh, die haben wir. Ja. Falken gegen 64 Zombies insgesamt. Wir werden noch gleich noch mal welche machen. Obertusen. Sitz. Schwerter Armee verfolgt. Das glaube ich das machen. Einmal mal besser. Und gucken, dass ich alle anhöste. Und gucken, dass ich alle anhöste. Die sind nicht so. Ich glaub, das ist schlau. Weil so schnell man die Darmung hat. Ich war jetzt so an die Offenziele. Boah, wenn weckt. Neue. Boah, wenn weckt. Neue. 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 und das geht so feit alle kommt ihr seid nicht zu mir, ihr seid frühstück Leute, wir haben mit einem Schuss und zwei Abos wieder Schluss gemacht wie ich sehe, danke für euren Support ich kann ja nur sagen, seit Haus ausgewinnst du für euch ja, Leute, wir haben alle besiegt, nicht einmal gestorben wir können natürlich alle auf einmal falten, aber der will ja auch noch doch Leute, wenn ihr ich nehme jetzt hier Teil 2 gleich auf wünscht ihr noch das last ein Like und aber bis zum nächsten Mal und ciao 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 ciao